whatsapp zerstört unsere kommunikation und führt zu generationskonflikten sagt experte für digitale etikette bernd braun bernd hallo wann haben sie denn die letzte whatsapp nachricht verschickt hallo erstmal ja das war vor fünf minuten wir können uns alle whatsapp nicht mehr entziehen es funktioniert auch nicht auch bei ihnen was machen sie denn anders als als wir besser ich spreche meinen gesprächspartner in whatsapp auch direkt an wie wir beide jetzt miteinander kommunizieren mache ich das im whatsapp auch ich begrüße ihn mit einem hallo zum beispiel ich verabschiede ihn mit tschüss oder lass dir gut gehen etc das ist so die kommunikation die ich daran halte in jeder whatsapp nachricht nein das mache ich nicht da bin ich bei ihnen vollkommen richtig ich fange mit einer whatsapp an dann begrüße ich jemanden dann kann innerhalb von zehn minuten eine halbe stunde mehrere whatsapp erscheinen wenn ich dann sage denke ich mache nicht mehr weiter ich beende die kommunikation dann verabschiede ich mich weil ich vielleicht was anderes zu tun habe oder irgendetwas anderes oder der redefluss ist zu ende was ärgert sie denn was stört sie denn an anderen whatsapp nachrichten einmal dass die fehlende begrüßung die fehlenden verabschiedung aber auch die die man so schön sagt kurz nachrichten das heißt ganz kurze nur ein smiley oder sowas geschickt wo ich überhaupt nicht weiß was heißt das jetzt eigentlich die emojis genau exakt ja und ich kann nicht nachvollziehen was meint er jetzt wie kommuniziert er gerade mit mir also das ist eine fehlende kommunikation die wir haben in der heutigen welt weil wir versuchen mit einfachen punkten direkt drauf zu gehen und das sehen wir halt nicht dann wo ist da der generationen konflikt da fängt an dass die generation mit diesen kurzen nachrichten nicht man untereinander kommunizieren können beispiel möchte ich geben meine nicht ist 19 jahre alt in der habe ich jetzt zu ihrem geburtstag ein buch geschenkt in generation native übersetzt aufs deutsche da waren so diese abkürzung für whatsapp etc drinnen und da meint sie zwei wochen später zu mir lieber onkel schön dass mir geschenkt hast ich verstehe das buch nicht und ich so wie wie du verstehst es nicht ja das für 14 bis 15 jährige ich bin aber 19 wir haben eine andere sprache da also diese schnelligkeit der veränderung der sprache ist schon in diesem maße an fünf jahren rhythmus schon wo wir früher in 20 jahren in 25 jahren rhythmus hatten wenn ich meine großeltern betrachte liegt mit denen konnte ich mich noch gut unterhalten das ging noch das waren sogar 50 jahre quasi und heute sind das fünf jahre geworden und inwiefern macht diese art der kommunikation die kommunikation im echten leben kaputt dass ich zum beispiel von ihr was geschickt bekomme mit abkürzungen die ich nicht verstehe und danach frage dann einmal natürlich per whatsapp wo ich nachfrage das funktioniert manchmal aber wo sie dann sagt ja weißt du das nicht was das heißt also sowie etwa warum verstehst du mich nicht und ich sage dann in normalen sprachgebrauch wie wir uns unterhalten was jeder versteht ich verstehe es nicht weil ich die abkürzung nicht kenne und da meint sie dann ja die kennt doch jeder und das macht eben die kommunikation den den generationskonflikt aus der zwischen uns herrscht das sind 30 jahre zwischen uns beiden aber sie hat das schon das problem mit den 15 jährigen also die fünfjährigen rhythmus dabei warum schicken immer mehr oder verschicken immer mehr leute sprachnachrichten ich gehe dafür ich bin davon überzeugt wir machen sprachnachrichten weil sie auf der bühne stehen möchten weil sie sagen wenn ich jetzt etwas spreche wenn ich etwas hinein spreche muss die andere person wenn sie es erhält mir zuhören und das schöne sie kann mich nicht unterbrechen weil ich ja die sprachnachrichten schicke am telefon wenn ich jetzt anrufen würde dann könnten sie einen moment mal ich möchte jetzt eine frage stellen möchte etwas anderes machen das geht nicht bei einer sprachnachricht und deswegen sind die teilweise fünf minuten zehn minuten sogar 20 minuten sprachnachrichten kenne ich aber da wird wenigstens geredet macht es die kommunikation besser als die pure tipp kommunikation ich denke mal die macht eher schlechter die kommunikation weil ich ja von mir aus spreche ich stehe da und habe keinen kommunikationspartner ich spreche einfach heraus was ich denke und dadurch spreche ich kann ich keine kommunikation anfangen sondern ich spreche einfach wie auf einer bühne quasi wieder nach immer wieder neu immer wieder neu das ganze was ich denke und kann keine antwort geben auf eine frage die mir gestellt wird sondern meine gedanken laufen und laufen und laufen und hören gar nicht mehr auf deswegen auch diese langen nachrichten dann dabei wie verschicke ich eine nachricht die dann wirklich bei meinem gegenüber oder eben nicht gegenüber bei dem empfänger ankommt landet im kopf und bleibt das mache ich am besten dadurch dass ich auf den punkt komme kurze nachrichten wenn ich schreibe sollten vielleicht zwei drei sätze nur sein direkte ansprache der zweite punkt dabei unbedingt wichtig und wenn du eine sprachnachricht schickt die sollte vielleicht auch nicht in länge als 30 sekunden sein vielleicht höchstens 45 sekunden dann aber stopp machen und sagen es genug der worte der andere weiß was ich zu sagen habe ich habe alles gesagt was ich sagen wollte und dann bleibt es in erinnerung oder vielleicht auch mal anrufen oder genau oder mal anrufen dabei vollkommen richtig bernd braun heute hier bei uns im studio er ist expert für digitale etikette vielen dank